Ich kenne den Carsten seit nur zehn Jahren, knapp zehn Jahre. Ich kenne ihn vom Fußball natürlich, vom Sport, seinen Vater über 20 Jahren. Ein Mensch, der einem Menschen nahe ist, der sagt, ich komme zu dir und nicht irgendetwas erzählt, was er nicht halten tut. Wir führen seit fünf Jahren in Stadtverordneten parteiübergreifend mit Carsten Vollmer, der sich parteiübergreifend, transparent arbeiten tut, wo wir jetzt dem Bürgermeister gesagt haben, so was du machst, ist es verkehrt. Wir brauchen einen Bürgermeister, der die Probleme angeht, Ideen zu haben und Ideen in der Stadtverordnetenversammlung durchzusetzen. Die hat man früher nicht gehabt. Der Carsten ist zugegangen zu den Parteien, zum Parteivorsitzenden gemeinsam und ich finde, dass daher auch Carsten Persönlichkeit, dass Carsten sehr menschlich ist und so ein Bürgermeister brauchen wir ja. Und so ein Bürgermeister muss gewählt werden. Deswegen will ich den Carsten wählen, deswegen appellehe ich an Menschen in Bad Terzwell, die sollen zur Wahl gehen und Carsten wählen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020